Wir wussten nie, wann und ob wir das, was wir dort auswendig gelernt haben, jemals wieder brauchen würden. Und vieles davon war einfach Ballastwissen. Und dann waren wir ausgebildet. Aus, fertig, vorbei. Und dann gingen wir in den Job und sagten, das muss reichen für die nächsten 40 Jahre. Nein. Vor 35 Jahren habe ich eine Internetagentur in München gegründet mit meinem Bruder zusammen und haben Siemens beraten. Und die haben gesagt, Herr Thomsen, was sagen Sie da? Sie wollen Internet an jedem Arbeitsplatz haben. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Die Leute sollen arbeiten und nicht im Internet surfen. Dann würde ich sagen, man muss nicht ein vierjähriges Studium an einer Universität absolvieren, sondern es reicht, wenn man die richtigen Menschen auf YouTube sich aussucht, sich zehn Videos von denen anguckt und man ist schlauer als 99,9 Prozent aller Menschen. Ja, heute das Thema Lernen. Wie geht Lernen heute? Wie geht Lernen in der Zukunft? Wie haben wir gelernt zu lernen früher? Und ich glaube, mit diesem Wort Lernen verbinden viele Zuhörerinnen und Zuhörer verschiedenste Dinge. Ich werde mal kurz definieren, was ich unter Lernen verstehe. Lernen ist die von Neugier getriebene Lust, neue Dinge, die in der Welt entstehen, zu verstehen und an ihnen mitmachen zu können. Das ist besonders ausgeprägt, wenn wir jung sind. Bei mir war das schon relativ früh der Fall. Ich bin aufgewachsen in einem Haushalt mit zwei weiteren Brüdern und wir waren schon als Kinder recht neugierig, wurden auch befeuert durch meine Mutter, die Kindergärtnerin war und sagte, ja, das ist klasse, entdeckt eure Welt und nutzt eure Kreativität und Fantasie und Neugier, um eine noch bessere Welt zu erschaffen oder euch zu erdenken. Mein Vater war Ingenieur und der sagte immer, naja, also eure verrückten Ideen, jetzt müssen wir beweisen, dass die wirklich funktionieren. Rechnet mir das mal vor, wie das klappen könnte oder wo sind die physikalischen Limitationen zu diesen Ideen. Aber diese Neugier, die hat einen auch dazu gebracht, nicht einfach nur über Dinge nachzudenken, die den Tag betreffen, also was gibt es heute Abend zum Abendessen oder wie doof ist der Nachbar oder was kommt im Fernsehen heute, sondern tatsächlich mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu sagen, wow, guck mal hier, das ist was Neues, ich möchte verstehen, wie das geht oder warum machen das Leute oder warum kaufen das Leute und was würde es mir bringen, wenn ich das hätte. Und dann fängt das Lernen an. Das heißt, man versucht, die verschiedenen Elemente, die in der Welt passieren, zu integrieren in sein Verständnis der Welt, in seine Mustererkennung. Und das Interessante ist, wenn man erfolgreiche Menschen auf der Welt anschaut, warum die in der Regel erfolgreich sind, dann liegt es sehr stark daran, ob sie verstanden haben, wie die Welt funktioniert, wie Menschen funktionieren oder wie Kommunikation am besten läuft, Trends möglichst frühzeitig zu erkennen und nicht erst hinterher zu sagen, Mensch, hätte ich doch vor fünf Jahren schon erkannt, dass es gut ist, sondern am besten fünf Jahre vorher, dass da etwas kommt. Und bei uns in der Zukunftsforschung bei Future Matters ist diese Neugier zur Kultur geworden. Wir verbringen jeden Tag fast die Hälfte unserer Arbeitszeit mit Dingen, die wir gestern noch nicht kannten. Und wir setzen uns auch neuen Dingen aus, in denen wir nicht nur monothematisch forschen und sagen, wir sind nur Spezialisten für Mobilität oder nur für Energie oder nur für Medizin oder nur für die Veränderungen in der Arbeitswelt, sondern wir versuchen möglichst diese Schnittstellen zwischen diesen einzelnen Bereichen zu verstehen und zu beobachten, was die Innovatoren und Innovatorinnen unserer Zeit an neuen Ideen vorschlagen und welche davon kommen können. Und daraus ergeben sich Beobachtungen, die frühe oder leise Signale sind. Also Trends, die jetzt klein anfangen, aber schon eine hohe Dynamik aufzeigen. Also das heißt, dass dort mehr und mehr Startups entstehen, dass dort mehr und mehr Geld investiert wird, dass man die Fortschritte in einem relativ kurzen Takt sieht, wie diese Technologie kommt. Und dann kann man recht frühzeitig diesen Trend in Beobachtung halten und einen sogenannten Tipping Point oder einen Umbruchpunkt vorausberechnen, an dem, wenn die Entwicklung so weitergeht, diese Technologie tatsächlich eine bestehende Technologie oder ein Paradigma ablösen kann. Und was dafür notwendig ist, ist tatsächlich Zeit. Zeit, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und dieses Lernen, das passiert auf verschiedene Arten und Weisen. Wir lesen. Wir lesen Fachzeitschriften, wir lesen Zeitungen. Wir schauen aber auch, wir schauen zum Beispiel YouTube-Videos, recht viele. Weniger Videos von Katzen, die auf Rumba-Robotern in der Küche rumfahren, sondern eher Videos von Leuten, die Gurus sind in ihrem Bereich, die in der Lage sind, etwas Komplexes so zu verstehen, dass es bei uns ankommt und wir es verstehen und einordnen können, aber die offensichtlich wesentlich mehr Kenntnis über eine Sache haben wie wir. Es gibt genug mittlerweile auf dem Internet zu jedem Thema. Also jeder und jeder, die sich zum Beispiel auf den Stand bringen möchte, welche Formen von Batterietechnik gibt es heute? Wo stehen wir? Welche Inhaltsstoffe sind da drin? Wie schwer sind die zu produzieren? Wie sieht es mit den Ressourcen dafür aus? Wie teuer oder billig ist es, eine solche Batterie herzustellen? Und wo gehen die Trends hin in Batteriechemie? Da würde ich sagen, man muss nicht ein vierjähriges Studium an einer Universität absolvieren, sondern es reicht, wenn man die richtigen Menschen auf YouTube sich aussucht, sich zehn Videos von denen anguckt und man ist schlauer als 99,9 Prozent aller Menschen in dem Bereich und wird in der Lage sein, mit einer Person, die sich im Bereich Batterietechnologie bewegt, einen Dialog führen zu können, wo diese Person sagt, wow, sie haben wirklich wesentlich mehr Ahnung als meine Kollegen oder meine Familie oder meine Freunde und Austausch. Und das ist der nächste Schritt. Die Zukunft zu erforschen und über die Zukunft etwas zu lernen, hat auch viel damit zu tun, ob man in der Lage ist, mit Menschen, die die Zukunft erfinden, also die jeden Tag an diesen neuen Technologien arbeiten, zu gewinnen für ein Gespräch und zu sagen, können wir uns einfach mal zur Zukunft unterhalten? Und ich war ganz erstaunt darüber, weil ich dachte, ach, das ist bestimmt ganz, ganz geheim. Die Leute werden doch niemals verraten, woran sie arbeiten, weil das ist ja deren Betriebsgeheimnis. Und das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir auf Leute zugehen und sagen, wir sind Zukunftsforscher und wir würden gerne von Ihnen mal erklärt bekommen, wo stehen wir heute und wo können wir in den nächsten zehn Jahren hinkommen, dürfen wir mit Ihnen darüber mal sprechen, sagen viele in der Reaktion, endlich interessiert sich jemand für meine Arbeit. Endlich ist dort jemand, der mit mir auf einer fachlichen Ebene wirklich das macht, woran ich arbeite, nämlich die Zukunft zu gestalten. Und da ist jemand, der mir Fragen stellen kann, die mich weiterbringen, wo die Frage schlau ist und ich sage, danke für die Frage, ich komme auf eine neue Idee gerade dadurch. Super. Und so verbringen wir tatsächlich ungefähr die Hälfte unserer Zeit als Zukunftsforscher damit zu lesen, YouTubes zu schauen oder uns zu bilden und Menschen zu treffen auf Konferenzen oder in persönlichen Kontakten oder in einem Zoom-Call oder einem Teams-Meeting, wo wir mit denen über die Zukunft sprechen. Und all das hat damit zu tun, dass wir an verschiedenen Punkten lernen, wie sich die Welt fortentwickelt und letztendlich unsere Geschäfte in den zweiten 50 Prozent, das, was wir gelernt haben, an Unternehmen weiterzugeben. Und Unternehmen dabei zu helfen, dieses gelernte, verdichtete Wissen anzuwenden auf das Finden von Opportunitäten und Chancen in der Zukunft. Oder dass man eben, oder und und, dass man nicht erst wartet, bis ein Trend da ist, um dann dem hinterherzulaufen, viele nennen das die Fast-Follower-Strategie, sondern Teil dieser Entwicklung zu werden. Steve Jobs sagte schon damals zur Vorstellung des iPhones, für die Kritiker, die in der Mehrzahl waren, die sagten, das wird sicher nichts, braucht kein Mensch, sagte diesen tollen Spruch, if a trend becomes obvious, you're too late. Wenn der Trend erstmal offensichtlich ist für alle, dann bist du zu spät, wenn du dann erst hinterherläufst. Nun, kleine Anekdote oder kleiner Bericht darüber, was einem als Zukunftsforscher so widerfährt. Und das knüpft eigentlich direkt an das Thema Lernen an. Ich hatte neulich eine Einladung von einer Engineering-Firma, die im Bereich Automotive Engineering arbeitet, weltweit recht erfolgreich ist und für verschiedene Unternehmen von Automobilbauern Technologien entwickelt. Und es ging um das Thema Corporate Learning, was ich sehr spannend fand, weil ich dachte, wow, das, worüber ich bislang gesprochen habe, war eher das persönliche Lernen, aber wie lernt eine Organisation eigentlich? Wie kann man sicherstellen, dass eine Firma oder das gesammelte Wissen von Menschen, die in einer Firma arbeiten, tatsächlich so ist, dass auch diese Organisation insgesamt schlauer wird? Und ich dachte, oh, da muss ich hin, klasse, toll. Vielen Dank für die Einladung. Wir hatten 60 Führungs-Nachwuchskräfte in der Runde, die alle auf dem Weg da waren, Teamleiter zu werden oder Führungskräfte zu werden, um anderen Menschen in ihrem Team Aufgaben zu geben, damit sie die Zukunft hauptsächlich des autonomen Fahrens oder der automatisierten Fahrsysteme, man nennt das ADAS, also Advanced Driver Assistance Systems, das sind dann diese Bremsautomaten und Abstandsradare und später eben auch diese ganz großen Themen, wie eben teilautonom oder vollautonom fahrende Fahrzeuge. Und das Spannende war, ich habe genau darüber berichtet, was ich in den letzten zehn Minuten jetzt berichtet habe, wie wir lernen und die fanden das alle super spannend. Und ich sage, ja, wie lernt ihr denn? Und da schaltete sich dann die Personalabteilung ein und sagte, ja, wir haben ein Weiterbildungsprogramm natürlich, und da arbeiten wir sehr hart mit Dienstleistern und verschiedenen Schulungsinstitutionen dran und bieten einen kompletten Katalog von Weiterbildungsmaßnahmen unseren Mitarbeitern an. Und die laufen auf dem Intranet, das heißt also, man kann sich für einen Kurs dann einschreiben und da gibt es den Videotutorials oder Dinge, die man lernen und memorisieren kann. Und dann gibt es am Ende natürlich den obligatorischen Test, wo wenn man 70 Prozent der Fragen im Multiple Choice dann richtig hat, ein Zertifikat bekommt, dass man diese Weiterbildung mit Erfolg abgeschlossen hätte. Und dann sage ich, ja, was sind das für Kurse? Also, ja, Management-Techniken, es gibt PowerPoint für Fortgeschrittene, es gibt, ja, ja, alle möglichen Kurse, die bestimmt auch sehr viel Sinn machen. Aber dann fragte ich die Frage des Nachmittags, die mir jetzt gerade wieder in den Sinn kommt und die wichtig wäre, hier zu teilen. Und ich fragte, wie lernen Sie oder ihr, wir waren alle auf Du, denn über das, was eure Mitbewerber so machen, was in der Industrie wirklich tagtäglich los ist, nicht das, was man in einem Kurs vor zwei oder drei Jahren mal zusammengestellt hat, sondern über die aktuellen Trends und Entwicklungen. Ja, und da war so ein bisschen Schweigen und habe ich davon erzählt, wie wir lernen und habe dann gesagt, ja, also wir gucken uns zum Beispiel am Tag ein, zwei Stunden YouTube-Videos an und habe dann davon berichtet, dass wenn eine sehr progressive Firma, zu der man stehen kann, wie man will, ob man sie liebt oder hasst oder versucht zu ignorieren oder eben sagt, das ist die Tollste, wenn die eine, sich die Mühe macht, ein Video zu machen, um über ihre KI-Strategie oder über ihre Full-Self-Driving-Strategie zu machen, dann gehe ich davon aus, dass sie das alle angeguckt hat. Ich habe von Tesla geredet, die dann zum Beispiel vor einem Jahr ungefähr, etwas mehr als ein Jahr, einen öffentlichen Event gemacht haben, der auch auf YouTube übertragen wurde, den man auch im Nachhinein abrufen kann und es gibt verschiedene YouTube-Videos, die das dann auch zusammengefasst haben, auf eine Stunde oder auf 20 Minuten, nur mit der Essenz. Und der hieß der AI-Day. Interessanterweise haben sie auf der einen Seite das benutzt, um Recruitment zu machen für neue Mitarbeitende, als zum anderen, weil sie ihren Kunden, Fans und Shareholdern sagen wollten, okay, so wollen wir vorgehen beim Thema Full-Self-Driving in Zukunft. Und haben relativ genau erklärt, was sie tun, warum sie das tun, mit welchen Zielen. Dauerte zweieinhalb Stunden, war langwierig, war nicht für jedermann geeignet, weil es war zum Teil sehr Techie-lastig, aber okay. Und ich habe dann in die Runde gefragt von diesen 60 Ingenieurinnen und Ingenieuren, die eigentlich ihre Teams führen müssen, in welche Richtung das geht. Wer von euch hat diesen AI denn dann angeguckt? Keiner. Die Personalchefin sagte, ja, das geht ja auch nicht, wir haben YouTube gesperrt bei uns, die Leute sollen ja arbeiten. Und ich sagte, das kann doch nicht wahr sein, da ist eine Firma, von der ihr selber behauptet, das ist die progressivste Firma derzeit in dem Space. Und einige sagen, wir hassen zwar Elon, aber wir bewundern ihn dann doch, oder wir verstehen gar nicht, was er da macht, aber dann machen sie einen solchen Event und man könnte sich das angucken. Nein, das ist verboten in der Firma. Und ich fragte mich, ist das nicht viel wichtiger, das zu lernen, wie der Mitbewerber denkt, auch wenn man hinterher differenzierter darüber richten kann und sagen kann, also bei der Sache bin ich mir unsicher, bei dem glaube ich, das klappt nie, aber bei dem anderen, da könnte was dran sein, da könnten wir mal drüber nachdenken, ist vielleicht viel wichtiger, als den Kurs zu absolvieren, PowerPoint für Fortgeschrittene. Weil es tatsächlich an der täglichen Arbeit etwas ändert. Und das bringt mich zu folgender These. Das Thema Lernen, und zwar Just-in-Time-Learning, muss auch auf Unternehmensebene, auf persönlicher Ebene sowieso, komplett neu überdacht werden. Denn auf einmal können wir etwas, was vorher, noch vor zehn Jahren, undenkbar war, nämlich, dass wir in dem Moment, wo wir eine Frage haben, in dem Moment, wo jemand etwas sendet, in dem Moment, wo wir sagen, das weiß ich nicht, in der Sekunde die Antwort finden. Und das ist komplett anders, als wir erzogen worden sind, wo wir Ausbildungen gemacht haben, wo wir in einer gewissen Zeit etwas gelernt haben, was wir in unseren Kopf stopfen mussten. Wir wussten nie, wann und ob wir das, was wir dort auswendig gelernt haben, jemals wieder brauchen würden. Und vieles davon war einfach Ballastwissen. Und dann waren wir ausgebildet. Aus, fertig, vorbei, und dann gingen wir in den Job und sagten, das muss reichen für die nächsten 40 Jahre. Nein. Eine Firma lernt jeden Tag. Und sie lernt auf einer Basis, dass alle ihre Mitarbeitenden jeden Tag Erfahrungen machen, was gut machen, was schlecht machen, einen Fehler machen, was vom Kunden hören, was vom Nachbarn. Wenn sie nach Hause kommen, eine Information bekommen, die vielleicht ganz relevant ist für, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Firma. Sie lesen etwas, sie hören etwas, sie sehen ein YouTube-Video. Und derzeit gibt es ganz wenig Möglichkeiten, dieses Wissen innerhalb einer Unternehmung so aufzubereiten und zu archivieren, beziehungsweise in die Organisation hineinzubringen, dass die Organisation insgesamt als Kollektiv etwas davon lernt. Bienen haben diese Möglichkeit, dass Bienen ihrem Schwarm etwas mitteilen, wenn eine Biene irgendwie ein neues Blumenfeld gefunden hat, dass das in die Organisation hineinkommt. Und wir haben natürlich in der Organisation einige Briefings und klassische Dinge, wie wir das machen. Aber wie wäre es, wenn wir zwei Dinge verbinden könnten? Und ich glaube, wir sind direkt an dem Pinpoint, dass wir das können. Nämlich die kollektive Intelligenz, die dadurch entsteht, dass wir sagen, wenn eine Firma tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und diese tausend Leute jeden Tag Neues lernen, dann entsteht eine kollektive Intelligenz dadurch, dass eben viele einzelne Personen viele, viele einzelne Impulse nehmen, die der Unternehmung dienen könnten. Manchmal frage ich mich, wenn ich CEO von einer großen Organisation wäre und ich sitze irgendwo im obersten Stockwerk eines großen Hochhauses und unter mir, ich mache es jetzt sehr bildlich einfach, arbeiten hunderte von Leuten, lernen jeden Tag, aber es wird nur ganz, ganz wenig, kommt durch zu mir nach oben, weil es wird über verschiedene Kaskaden Informationen gefiltert, sodass ein komplexes Wissen am Ende bei mir nur ankommt in Form von wenigen Bullet Points auf einer Management Summary. Dann muss ich viele Dinge entscheiden auf einer Informationsbasis, die vielleicht 0,0001% der echten Informationen beinhaltet und von dem viel gefiltert oder beim Filtern verloren gegangen ist. Schaffen wir es also, diese kollektive Intelligenz zu so einer Art Superbrain zu machen? Und let's face it, also ich glaube, dass tausend Leute, wenn sie über ein Problem nachdenken, wesentlich bessere Lösungen finden, als wenn das nur eine Person macht oder eine Entscheidung trifft, dann wäre das gut. Und die Grundlage dafür wird höchstwahrscheinlich die künstliche Intelligenz sein, dass wir nämlich Unternehmen befähigen, diese kollektive und künstliche Intelligenz so zu verbinden, dass eine Unternehmung tatsächlich zu einer Art Überbrain, Übergehirn wird. Und die Unternehmen, die das als erstes schaffen, die werden den Unternehmen, die noch nicht so weit sind, in der Qualität ihrer Entscheidungen deutlich überlegen sein. Und ich glaube, das fängt jetzt gerade erst an und es hat sehr viel mit dem Thema Lernen und Neugier zu tun. Darum nur folgende Thesen zusammengefasst. Lernen findet jeden Tag statt. Und es findet statt, einmal, weil wir Menschen sowieso jeden Tag irgendetwas lernen und manchmal sind das ganz kleine, inkrementelle Dinge, dass wir, keine Ahnung, ein Glas umschmeißen und lernen, das nächste Mal passe ich besser auf. Oder man ärgert sich und man sagt, das versucht es nächste Mal zu vermeiden. Wir lernen, indem wir interagieren mit anderen Leuten und entweder Zustimmung oder Ablehnung bekommen und wir suchen zu begreifen, warum das so ist. Aber Lernen auf einer organisatorischen Ebene hat auch viel damit zu tun, die Neugier wieder zu kultivieren und auch die Wege zu finden, dass wir diese Neugier nutzen können, um von anderen zu lernen. YouTube schauen am Arbeitsplatz. Klar, ich kann verstehen, dass das für viele Leute eine Vorstellung ist, die schwer in die Köpfe reinzubekommen ist. Aber ich habe vor 35 Jahren eine Internetagentur in München gegründet mit meinem Bruder zusammen und haben Siemens beraten. Und die haben gesagt, Herr Thomas, was sagen Sie da? Sie wollen Internet an jedem Arbeitsplatz haben. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Die Leute sollen arbeiten und nicht im Internet surfen. Es war sehr schwer, die Leute zu überzeugen, dass das eine notwendige Voraussetzung dafür ist, um seine Arbeit zu machen. Das war, muss man überlegen, in der Mitte der 90er Jahre. Jetzt ist es wichtig, dass wir diese verschiedenen Impulse, die eine Organisation bekommt, wirklich gemeinsam reinbekommen. Und das Schöne ist, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man eine Frage hat und irgendetwas nicht versteht, die Möglichkeit bekommt, die Antwort darauf zu finden. Das ist so befriedigend und es ist so inspirierend, dass das fast zu einer Sucht wird, zu einer positiven Sucht. Und das Weiterkommen, das Schlauerwerden, das Besserwerden, das Sich-Vernetzen mit Leuten, die einen inspirieren können und Impulse geben für die eigene Arbeit, aus der man dann auch wieder Freude schöpfen kann, das ist eine völlig neue Form der Motivation. Und daher eine Firma, die sagt, wir verbieten YouTube am Arbeitsplatz und wir haben ein Schulungsprogramm, wo wir PowerPoint für Fortgeschrittene als einzige Weiterbildungsmöglichkeit bieten, die werden meiner Meinung nach die nächsten Jahre schon echte Schwierigkeiten haben mitzuhalten mit diesen Superbrains, die sich jetzt bilden, wo viele Menschen gemeinsam auf die Suche gehen nach den Chancen und Möglichkeiten, die wir haben. Und auch das passt zu diesem Epochenwechsel, in dem wir sind. Wir stellen fest, dass es ganz schön schnell ging, dass wir jetzt diese Möglichkeiten haben. Diejenigen, die diese Möglichkeiten nutzen, die werden auch kein Problem haben, dass sie Angst um ihre Arbeitsplätze oder ihre finanzielle Zukunft haben müssen, weil das Spannende ist, wir brauchen nach wie vor Menschen, die gute Fragen stellen können, die die richtigen Fragen stellen, um Probleme zu lösen. Und diese Problemlösungen, die sind sehr, sehr viel wert. Ob wir das mit KI machen? Ja, klar machen wir das mit KI. Wir würden ja auch heute kein Graben mehr ausheben ohne eine Schaufel. Man kann es mit seinen Händen machen, aber eine Schaufel ist besser. Bagger ist noch besser. Und darum ist Technologie wie eine künstliche Intelligenz einfach die Grundlage für das neue Lernen. Wir kommen in eine neue Phase, wo wir persönliches Lernen und Corporate Learning neu definieren müssen. Und ich hoffe, dass das einige Impulse gegeben hat. Für heute soll es das gewesen sein. Wir sehen uns in der Zukunft.